Du öffnest jetzt die Augen. Ehrlich, Doktor. Wenn ich tot wäre, käme ich in Himmel oder Hölle? Im Himmel wäre es langweilig. Drei. Das wäre dich zu nichts gut empfiehend. Zwei. Voilà, genau, Schmerz. Eins. Wer ist zurück? Wer ist zurück? Ich bin nicht schuld, wenn ich Böses tue. Wovor hast du Angst? Woher sind die Texte? Helfen die Sonne aus, dass wir gelassen. Mastema ist eine der vielen verschiedenen Bezeichnungen für den Teufel. Sie haben sie auch gesehen? Was? Sie waren doch bei mir. Meinen Sie, sie kommen zurecht? Bedenken Sie, dass der Tod von Guillaume ihr Urteilsvermögen beeinträchtigt hat. Glauben Sie an Gott? Und glauben Sie an den Teufel? Was suchen Sie? Was zum Teufel sind Sie? Das ist die falsche Frage. Frag dich lieber, wer du bist. Frag dich lieber, wer du bist. Das ist die falsche Frage. Frag dich lieber, wer du bist. Wer nicht ist. Frag dich lieber, wie du bist. Vielen Dank.